2010 schlitterte Griechenland in die Finanzkrise und wurde so zum schwarzen Schaf Europas. Wird der Ruf dem Land jetzt noch gerecht? Zwölf Jahre, drei Rettungspakete und strenge Sparmaßnahmen später steht das Land trotz eines Schuldenbergs von knapp 370 Milliarden Euro fast wieder auf eigenen Beinen. Nach knapp zehn Jahren EU-Kontrolle könnte Griechenland jetzt bald seine Finanzen wieder selbst bestimmen. Die EU hat dann neben einem Rettungspaket mit dem ESM-Programm und der Errichtung der Euro-Gruppe einen strikten Mechanismus geschaffen, der die Einhaltung nötiger Reformen und die zielgerichtete Verwendung der Hilfsgelder genau überwacht und begleitet hat. Dieser notwendige Verlust an Souveränität ging nicht nur mit einer spürbaren Einschränkung des Lebensstandards fast aller Bevölkerungsgruppen einher, sondern war auch ein schwerer Schlag für das Selbstbewusstsein dieser stolzen und freiheitsliebenden Nation. Viele Griechen leiden jahrelang unter den Einschnitten, die notwendig waren, um das knapp elf Millionen Einwohnerland wieder zu stabilisieren. So mussten Behörden verschlankt, Staatsbesitz privatisiert und das Rentensystem reformiert werden. Aktuell übersteigen die Staatsschulden immer noch die griechische Wirtschaftsleistung mit 206 Prozent und mehr als das Doppelte. Auch wenn der gewaltige Schuldenberg nicht verschwunden ist, wurden doch Strukturen geschaffen, die eine Wiederholung des damaligen Szenarios des Schreckens verhindern sollen. Nicht einmal die Covid-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine haben Griechenland da aus der Spur gebracht.